Und das ist ein Gänseblümchen. Ha, jetzt bist du ein Teil von deinem Unterricht. Hermine, ab auf die Bank. Harry, du auch. Komm, lass abhauen. Nein, musst du heulen. Hier ist eine Blut für dich. Was soll ich mit dem Scheiß? Ich mag sie wirklich. Kommst du. Guck mal hier. Meine Hunde, geh weg. Die mag ich bestimmt. Sie kann es mir nicht zeigen. Was machen sie hier? Hör auf. Mit was? Hä, wo ist er? Ach, nichts. Alles gut, Hermine. Schau mal da. Oh. Nein. Jetzt ist meine Pflicht, sich zu retten. Ein Hund, ein Hund, ein Hund. Ich finde es. Alles gut? Wie siehst du denn aus? Komm her. Nein. Hast du super gemacht. Hermine, wer ist das? Mein Kind. Und was in mir basiert ist? Ja. Ich liebe auch noch. Die nächste Note gibt ja da. Ich liebe auch noch. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020